Energieeinsparungen in Gebäuden sind wichtig. Aber eine Herausforderung, wenn man ein hohes Maß an Komfort bieten will, damit die Gebäudenutzer zufrieden sind. Dies erfordert eine ständige Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen ihres Gebäudes. Was sie brauchen, ist ein System, das sie entlastet, indem es automatisch den Komfort verbessert und den Energieverbrauch senkt. Genau das leistet die selbstlernende Software Priva EcoBuilding. Priva EcoBuilding optimiert die Klimabedingungen und macht ihr Gebäude energieeffizienter. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, vollautomatisch. Priva EcoBuilding erstellt ein digitales Abbild des Gebäudes, einen Zwilling mit den gleichen Merkmalen und Eigenschaften. Diese Simulation reagiert auf Veränderungen genauso wie das reale Gebäude. Dies bietet die Möglichkeit, Testszenarien durchzuführen und das System kontinuierlich zu verbessern. Künstliche Intelligenz kombiniert historische und Echtzeitdaten, um die Klimabedingungen und den Energieverbrauch zu optimieren. Dabei berücksichtigen wir sowohl die Energiequelle und den Energiepreis, als auch zum Beispiel das Wetter und die Nutzung des Gebäudes. Um die Leistung ihres Klimasystems zu optimieren, sendet Priva EcoBuilding das Szenario, das den besten Komfort bei geringstem Energieverbrauch bietet, an das Gebäudemanagementsystem, unabhängig vom Anbieter dieses Systems. Priva EcoBuilding ergänzt das bestehende Gebäudemanagementsystem um eine strategische Ebene. Es kommuniziert mit dem Gebäude und der Anlage, um perfekte Arbeitsbedingungen zu schaffen, um das Beste aus Ihren bestehenden Anlagen herauszuholen und um erneuerbare Energiequellen optimal zu nutzen. Anstatt also das System manuell einzustellen, um den Komfort zu steuern, ist Priva EcoBuilding wie ein selbstfahrendes Auto, das dies für Sie erledigt. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie eine kostenlose Demo und finden Sie heraus, was Priva EcoBuilding für Sie tun kann.